Bahrain-Bahrain ist ein Inselstaat im Persischen Golf, Nahe Osten. Hintergrund Bahrain besteht aus insgesamt 33 Inseln und hat eine Fläche von 780 Quadratkilometern. Seine Hauptinsel misst 620 Quadratkilometer. Sie ist seit 1986 über den Kingfad-Kose mit Saudi-Arabien verbunden. In den letzten Jahren gab es etliche ehrgeizige Projekte, neue Siedlungsflächen durch Aufschüttung und Aufspülung zu gewinnen. Bahrain war bis zur Unabhängigkeit 1971 der letzte Außenposten der britischen Kolonialverwaltung in Form der Persian Gulf Residency. Seit dem Hinauswurf aus dem Iran, 1946, und später dem Irak wurde das Empire durch die örtliche Marinebasis gesichert. Die wurde von den USA übernommen, die bis heute hier ihre Interessen sichern. Anreise wird aus Europa wohl nur mit dem Flugzeug praktikabel sein. Einreisebestimmungen Visa sind für EU-Staatsangehörige, Lichtensteiner und Schweizer problemlos am Flughafen erhältlich. Wer nicht in der Schlange stehen möchte, kann im Voraus ein E-Visum beantragen. Man zahlt direkt an der Passkontrolle die Visumsgebühr. Einmalige Einreise bis 14 Tage kostet 5 BD, 30 Tage 25 BD, mehrfache Einreise maximal 90 Tage pro Jahr 80 BD. Es werden Bargeld wie auch gängige Kreditkarten, ZB Visa im April 2017, akzeptiert. Wer aus einem anderen arabischen Land einreist, sollte sich überlegen, ob er schon dort einige Bahrainische Diener tauscht. In der Schweiz gibt es ein Nicht-Muslime dürfen ein Liter Spiritosen oder sechs Dosen Bier einführen. Zollbestimmungen Mit der Bahn Es gibt keine Bahnverbindungen in oder nach Bahrain. Mit dem Bus Die Busgesellschaft Zabco bietet Busverbindungen aus Saudi-Arabien an. Auf der Straße Personen, die ein Visum für Saudi-Arabien besitzen, können über die Brückenverbindung nach Saudi-Arabien fahren. Die einzige Landverbindung nach Bahrain führt nach Saudi-Arabien zur Stadt Koba über den 25 Kilometern langen nach Jasra. Der Kose ist eine mautpflichtige Kombination aus Fahrdamm und Brücken. Etwa auf halber Strecke befindet sich die Pessport-Insel. Beachten sollte man die speziellen Vorschriften und soziokulturellen Eigenheiten des Nachbarlandes. Achtung, Frauen dürfen im Königreich Saudi-Arabien kein Kraftfahrzeug führen. Mit dem Schiff Die persische Walfadja 8 Shipping Co. betreibt eine Fähre nach Busherr. Kreuzfahrtschiffe legen an dem neuen an, er befindet sich auf einem aufgeschütteten Bereich im Südosten der Insel Möcherik. Das Hafengelände darf nur mit einem Shuttle durchquert bzw. verlassen werden. Regionen Bahrain ist gegliedert in vier Gouvernements. Spanstal gleich Background, Yellow, von Zeiss, 1.2 emeritiert größer als 1, Zentral-Gouvernement. Spanstal gleich Background, Doppelpunkt, Raut F0 DC 82, von Zeiss, 1.2 emeritiert größer als 2, Möcherik-Gouvernement. Mit der Hauptstadt Manama. Insel mit Stadt Möcherik. Spanstal gleich Background, Nummer 7 BF, von Zeiss, 1.2 emeritiert größer als 3, Möcherik-Gouvernement. Mit der vorgelagerten Insel und, einer Gruppe von künstlich angelegten Inseln. Sehenswert. Spanstal gleich Background, Pink, von Zeiss, 1.2 emeritiert größer als 4, Möcherik-Gouvernement. Mit der Stadt Rifa und Dän, sie liegen rund 20 Kilometer südostlich von Bahrain vor der Küste von Katar. Sehenswert. Stehte siehe auch List of Cities in Bahrain-Manama, Hauptstadt, 154.700 Efrifa, 111.000 Exawad Möcherik, 176.583 Exawad Hamad, 57.000 Exawad Ali, 51.400 Exawad Isar, 39.800 Exawad Sitra, 60.100 Exawad. Sprache Amtssprache ist Arabisch, daneben werden Englisch und die Sprachen der Gastarbeiter gesprochen. Einkaufen der Wert des lokalen Bahrain-Diener ist, Juli 2020, 1 Dollar gleich 0,3759 Bidi bzw. 1 Bidi gleich 2,66 US Dollar 1 Euro gleich 0,443 Bidi bzw. 1 Bidi gleich 2,22 Euro. Unterkunft in Bahrain gibt es Unterkünfte vor allem für dickere Brieftaschen. Günstige Hotels findet man in der Nähe des Sougs in Manama. Strandhotels liegen alle im Fünf-Sterne-Bereich. Unterkünfte kann man am besten vor Ort buchen und dort sollte man auch immer nach Preisnachlässen fragen. Am Wochenende, das heißt am Donnerstag und Freitag sind die Hotels sehr gut durch Touristen aus Saudi-Arabien gefüllt. Die Preise steigen dann leicht an. Post- und Telekommunikation des GSM-Mobilfunknetz wird durch zwei Betreiber abgedeckt, Bahrain Telecommunications Company, Badelkio, und MTC Vodafone, Bahrain, BSC. Pripet-Karten werden für beide Netze angeboten. Weitere Infos zur Netzabdeckung und Roaming-Partnern findet man unter GSM World. Für längeren Aufenthalt bzw. für Wüsten-Touren empfiehlt sich ein Satellitentelefon der Tour-AIA Satellite der L-Communications Co. Geräte können in fast allen europäischen Ländern geliehen werden.